Ja, und damit willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Und einen wunderschönen guten Abend Smirks auch an dich. Willkommen zur LPLS und zwar zu Soma. Wir spielen weiter. Erstmal einen Schluck neben Brust. Hallo Niki, richtig eingeschaltet. Wir haben es 22.04 Uhr und legen los. Gruselstimmung. Wir sind ein wenig benommen. Weil uns Knubbelfreddy uns angegriffen hatte. Stimmt, hier waren wir gewesen. Ich erinnere mich. Und dann hatte ich hier kurz die Hand reingesteckt. Das hat er, glaube ich, nicht gespeichert. Das werde ich jetzt nochmal tun. Ich werde nochmal direkt losfisten. Huch, falsche Taste. Ich war noch bei The Crew. Entschuldigung. So, erstmal ein Foto gemacht. Ja, Prost HSV-Fan. Willkommen zur Let's Play Live Show. So, und ich sollte... Ich hatte einen Tipp bekommen gehabt. Ich sollte doch nochmal in den Raum gehen, wo ich den Stuhl weggeworfen hatte. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wo das war. Ähm... Jetzt muss ich mal schauen. Alter. Hier vielleicht? Nee. Nee, der funktioniert ja nicht. Wir haben den... Die Karte haben wir noch mit... Nee. Die Karte haben wir gar nicht. Wir haben die Karte gar nicht bei uns. Oh, nee. Jetzt sag mir nicht, wir müssen nochmal runter. Geh in den Raum. Nachricht von gestern. Ja, ich weiß. Ich habe aber das Gefühl, das Spiel hat gar nicht gespeichert, dass wir die Karte haben. Weil im Moment haben wir die Karte gar nicht bei uns. Nein. Ich muss noch knubbel, Freddy. Nein. Geh in den Raum, wo du den Stuhl geworfen hattest. Ja. Aber ich habe das Gefühl, das Spiel hat gar nicht gespeichert, dass wir die Karte haben. Das heißt... Ich muss, glaube ich, nochmal nach... Wo hatten wir die... Ach doch, die Karte ist oben am liegen, ne? Die Karte liegt ja hier. Stimmt ja. Ich weiß, es ist ein bisschen laut jetzt, das Rennen, aber... Ich traue mich einfach mal. So. Knuddel, Freddy. Nicht Knubbel. Nicht Knuddel, Knubbel. Genau. So, da haben wir die Karte. Und dann war das... Jetzt muss ich mal schauen. Also, ich musste erst da hinten hin. Erst mal die Sachen da drauf laden. So. Und zwar musste ich auf dem Chip... Ähm... Babababam, bababam, bababam, bababam. Genau. Den Scanneraum... Das ging, glaube ich, nicht, ne? Das ging nicht. Netzwerke übertragen ging auch nicht. Genau, so. Nehmen wir die Karte mit. Das ist der PC. So. Da wurde ein Chip geholt, das ist der Computer. Okay. Da haben wir ein Scanlog. Das hatten wir gestern schon gelesen. Und den Zeitplan... Da kann ich aber soweit eigentlich nichts machen. Also... Hier hatte ich den Chip ja her. Warte mal. Der Stuhl ist hier. Erst mal weg mit dem Stuhl. So. Ich kann aber hier mit dem Chip nichts machen an dem Computer. Ich kann nur den Computer bedienen, aber da ist nichts am Stehen. Da steht sonst nichts Wissenwertes drin. Das hatten wir, glaube ich, gestern schon gelesen gehabt. Links. Links, links, links. Links. Der Computer hier. Aber hatten wir ja schon ausprobiert, ne? Der andere in dem Raum. Ja. Habe ich den Chip drin. So. Steckplatz 1. Chip. Okay. Ich drücke okay. So. Scanprojektor aktiv. Chip mit Scandaten einsetzen. Ja. Haben wir ja. Aber da steht ja Fehlermeldung. Das heißt, irgendwas stimmt ja noch nicht. Irgendwas ist noch... Irgendwas ist noch falsch. Die Frage ist nur was. Da haben wir ja gestern schon gehangen. Dann... Probieren wir mal den anderen Computer aus. Weil da haben wir ja quasi die Daten schon runtergeladen. Eins weiter links. Okay. Ich probiere. Moment. Eins weiter links. Hier in den Raum. Aber ich kann hier nicht den... Nee. Da kann ich nur die alten Chips rausschmeißen. Aber ich kann hier keinen neuen... Ich glaube, ich kann hier keinen neuen einsetzen. Da sind auch noch alte Chips drin. Aber ich kann hier keinen Chip einsetzen. Der erste von links. Er hier. Okay. Ich probiere mal. Moment. So. So. Zack, zack, zack. Alle raus. Da kann ich nichts einsetzen. So. Dann drinnen wir nochmal alle um. Ah, guck mal einer an. Ah. Ah. Guck mal einer an. Es sollte eine Liste von Leuten sein. Mal gucken, ob da einer den Sicherheitsboot weiß. Muss ich die jetzt alle ausprobieren, um hochzuladen? Jawohl, jetzt hab ich's. Endlich. Nein, das wird nicht funktionieren. Wir brauchen jemanden aus dem Theta-Sicherheits-Gruppe. Ähm. Ah, ich hab heute ausgesetzt. Selbstmordet abgeschwärt. Ich probier mal alle jetzt einfach mal durch. Irgendeiner wird schon richtig sein. Ich bin vorsichtig nach Need for Speed. Das glaub ich dir gern. Das wird auch nicht funktionieren. Schau für die Sicherheitsbeamte in Cronstadt oder Strohmeier. Cronstadt oder Strohmeier. Brenton? Ich probier alle aus. Ist mir egal. Irgendeiner wird schon den Sicherheitsboot wissen. Was sind wir genau? Wir haben einen Gespräch mit Mr. Wan. Use die Computer zu aktivieren. Ähm. Ähm. Das war nicht so gut. Stromau hat mich wirklich getrennt. Bastard. Was? Was ist passiert? Wo ist alles? Mr. Wan. Chun? Was ist passiert? Ich kann nichts sehen. Es ist nichts hier. Nehmen Sie sich, Mr. Wan. Es wird alles besser. Nein, das ist ein Lied. Du bist ein Lied. Nehmen Sie sich, Mr. Wan. Nein, nein, nein. Warum machst du das mit mir? Ich habe dich vertraut, Chun. Ich habe dich vertraut. Wir haben den Mann in der Leben gebracht. Er ist ein perfekter Schaden. Er ist für den Arsch. Er ist der reale Problem. Und wir haben ihn verletzt. Wir haben ihn wieder zurückgebracht. Ich dachte, das wäre funktionierend. Vielleicht können wir wieder versuchen. Wir probieren es nochmal aus. Das war nicht so schlecht. Nein, liebe Will. Er will. Willkommen zur Let's Play Live Show. Es ist okay. Nein, nein. Es ist eine Lüge. Du bist ein Lüge. Okay, calm down, Mr. Wan. Nein, nein, nein. Warum hast du das mit mir gemacht? Wir brauchen etwas anderes. Okay, Moment. Na, ich setz mal den Chip ein. So, Scanraum. Machen wir das mal. Wo? Wo? Alice? Mr. Wan, kann ich mich hören? Sean? Wo ist Alice? Sie hat mich verlassen. Ich muss wirklich die neue Sicherheitsgefahr wissen. Was? Warum? Warum? Das ist ein Trick. Bitte, das ist wichtig. Ich weiß, du kannst dich nicht vertraut. Das ist wahr. Aber du wirst mich nicht verraten, Wo! Du wirst mich nicht verraten, Wo! Du wirst mich nicht verraten, Wo! Wir brauchen es nicht verraten? Können wir ihn einfach leben lassen, bis wir den Cypher haben? Je länger er sich auf das Computermodell ist, desto mehr wird er aufgelistet. Also, was ist falsch, dass er ihn ein bisschen verraten wird? Das würde ihn verraten. Also, lass uns die Session kurz halten und die Suffering zu einem Minimum. Gehen wir mal eine Skihütte. Äh, bekommst du jetzt Gamma-Strahlung ab? Nein, ich glaube nicht. Das war nicht so schlecht. Der Stromau hat mich wirklich verarbeitet. Fast! Was? Was? Was ist das? Wo bin ich? Relax, Mr. Wan. Just keep calm. Dr. Chan? What the hell is this place? I need your help. I have to get the new Security Cypher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. It's not for me. I'm trying to save the Ark. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Charo! Put your teeth in! Hmm. I think we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to down, we've lost him. You're right. We need to think this through. We need some more data. What about the beach? Maybe? Oh! But there's no one here. There's no one here. There's no one here. It's too empty. There's something really wrong in this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here! Hmm. How many times are we going to have to do this? Come on, Simon. Don't give up now. This is all we've tried. Now I've looked at it again, if we can have something in front of the other computer in there. What we could do on the table we might be able to play in. Because it's not working with him. Test umgeben. Können wir das auf dem Ding skopieren? Nein, ne? Löschen können wir es auch nicht. Netzwerke ertragen geht auch nicht. Tankfluten geht auch nicht, ne? Vielleicht müssen wir auch einfach eine andere Person nehmen. Müssen wir mal schauen. Es kann ja möglich sein, dass es nicht die richtige Testperson ist, aber ich glaube schon... Na, das war die falsche Taste. Kommen wir denn hier zurück? Ne, ne? Verdammt. Das hatten wir ja alles eigentlich schon. Hm. Ich bin ein wenig überfragt gerade, weil egal welche Umgebung wir nehmen, er verrät uns auf jeden Fall nicht den Sicherheitscode. Und wir kommen auch hier nicht zurück, gehen wir ins andere Menü, um eine andere Person auszuwählen. Wann, Bren... Ja, aber wir sind schon ein bisschen weiter. Wir haben schon noch einen Chip gefunden gehabt. Ist auch nicht einfach. Wir müssen ihn irgendwie dazu bringen, dass er uns den Sicherheitscode nennt. beträglicher Außentest. Hervorragend, aber den können wir nicht auf den Chip übertragen. Ertragen abgelehnt. Effekte Daten. Verdammt. Und Tankfluten geht auch nicht. Puh. Das heißt, wir haben eigentlich alle Möglichkeiten von dem Computer haben wir eigentlich alles so weit rausgefunden und drüber kopiert. Ja, Prost zusammen, zum Wohle. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir... Hier. Gibt's ja noch einen anderen... Was, wenn wir den rausnehmen und den wieder einsetzen? Können wir den... Wenn wir den entfernen und den... Wenn wir nur den einsetzen, was passiert dann? Kommen wir dann wieder ins Menü? Okay. Hm. Gibt's denn hier vielleicht doch noch einen Chip oder so? Den wir übersehen haben? Kaputz, kaputz. Kaputz, kaputz, kaputz. Kaputz. Nein, andere Richtung. Nein, ist keiner drin. Da ist auch keiner mehr drin. Oder? Nein. Da sind auch welche drin. Aber ich glaube, die sind auch alle kaputt. Ja. Die sind alle Müll. Ja. Jetzt haben wir alles durchgeguckt. Hier ist nichts drin. Hm. Gibt's das Kartenlesegerät eigentlich noch woanders? Für die Karte? Was haben wir hier noch? Nein, da haben wir nichts mehr. Ich bin echt so ein bisschen überfracht gerade. Ähm. Hm. Was ist denn mit den... ... anderen Räumen? Boah, jetzt so ein fieser Jumpscare wäre schon echt mies, ne? Was? Wenn wir ihn kennenlernen, vielleicht können wir die Simulation ein bisschen leichter machen. Ah, okay. Sehr schön. Haben wir da ein Zettelchen? Brandon, ich bin wegen des Scans völlig durcheinander. Alle sind so tapfer. Nur glückliche Gesichter. Keiner zeigt Bedauern. Weißt du noch, wie du sagtest, du würdest meine Hand während des Scans halten? Wenn das Angebot noch steht, würde ich es gerne annehmen. Wenn wir uns zusammen scannen lassen, können wir auch den Hangover danach zusammen überstehen. Sie sagen, ein paar Tage braucht man schon danach, um sich zu erholen. Viele Küsse Alice im Wunderland. Eine Küsse von jemandem namens Alice. Sie waren zusammen während des Scans. Du kennst sie? Er war nahe mit einem Koster. Ich hätte das nicht erwartet. Können wir das irgendwie benutzen? Schau mal. So, da haben wir die Sicherheitskarte. Den Computer gucke ich mir gleich an. Da ist noch ein Bild. Die guckt aber ein bisschen verstört, ne? Die alte. Okay. So, da haben wir Bettzeug. Okay. Hier was drin. Oh, Bilder. Sehr schön. Ein paar Tempel. Das haben wir hier oben. Aha. Mal wieder da oben reinstellen. So. Da haben wir immer noch ein paar Bilder. Eine Burg. Das sieht aus wie von einer Mosel oder so. Und hier oben ist dann der Mount Everest. Oder nein. Das sieht aus wie von einer Mosel oder so. Hang on. Great, this is exactly what we need. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We could trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could datamine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Ja, willkommen zur Let's Play Live-Channel. Alle neuen Zuschauer jeden Freitag am Samstag, 20 Uhr. Und willkommen zur Soma. So, Enkaz hat endlich der Evakuierung von Delta zugestimmt. Goya, Krier und ich sind heute nach Theta umgezogen. Enkaz meinte, er würde noch ein bisschen länger bleiben. Dieser durchgeknallte Bastard. Ich bin zwar stolz auf meine Arbeit, aber seit sie von der Oberfläche keinen Ersatzteile mehr schicken, geht hier alles drunter und drüber. Okay. So, ich lasse mich mal moderieren. So, habe heute zusammen mit Alice mein Arc-Scan gemacht. Strohmeier hat mir erzählt, dass mich der Hangover quasi umbringen würde. Was für ein Arschloch. Anfangs ging es mir noch ganz gut. Ein paar Stunden später aber bekam ich fürchterliche Kopfschmerzen. Am schlimmsten aber schmerzen diese Chuntruller. Schmerze diese Chuntruller. Sie kann manchmal so unangenehm werden, dass es mir die Haut aufstellt. Okay. Strohmeier ging total an die Decke und untersagte allen zukünftigen Scans für das Arche-Projekt. Anscheinend wollte Conrad bei der Kontinuität mitmachen, und gab sich gleich nach dem Scan direkt im Pilotensitz den Rest. Irgendwann habe ich das Gefühl, dass wir neue Sicherheitscodes bekommen werden. Ich habe gehört, dass Komoribi-Vermessungsteam nach Delta unterwegs ist. Immer diese schweren Wörter, das ist unglaublich. Unterwegs ist, um Ankers abzuholen. Er ist jetzt schon seit Monaten alleine da. Keine Ahnung, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. So. Ja, dann werden wir mal den lieben... Hallo, Tyrael Prime. Ich grüße Sie, willkommen zur Let's Play Live-Show. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist immer noch ein Horrorspiel. Und ich gehe einfach so... Muke die 12. Stelle merken und waschen, ich weiß. Und ich gehe einfach mal so forsch hier ran. Ich weiß nicht, wo Knuddel Freddy ist. Ob Knuddel Freddy jetzt vielleicht hier oben unterwegs ist? Man weiß es nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe, Knuddel Freddy bleibt unten. So. Hey, noch bin ich gut drauf. La 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 la. La 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 la. La. Die. Die Tür war vorher nicht offen. Also ich glaube nicht. Die Tür war vorher nicht offen. Also sie wird mit Brandon in der Simulation. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das mal. So. Proben wir das nochmal aus mit der Befragung jetzt. Das war mein Teflon. Entschuldigung. So. Dann machen wir mal die Skihütte und Alice. Und dann legen wir mal los. Das war nicht so schlecht. Das Tromot hat mich wirklich getrunken. Ich bin ein Bastard. Was ist in der Rune? Pretty neat, richtig? Alice, wo sind wir? Wir haben es geschafft. Es ist VR. Aber ich muss dich etwas fragen. Was? Was ist passiert? Die neue Skihütte. Ich muss es. Du bist. Du bist nicht Alice. Was hast du gemacht? Was ist hier passiert? Warum hast du das gemacht? Hat er nichts überrascht? Ich meine, kann er sich nicht erinnern, was wir ihn durchführen? Die Simulation verffektet nie den Scan-Pattern. Jedes Mal ist es ein frischer Start. Das ist ein bisschen komponierend, ich glaube. Können wir doch mal den Scan-Raum nehmen? Das war nicht so schlecht. Das Tromot hat mich wirklich getrunken. Das ist ein bisschen Das ist das, was du für zu hören, zu seinen Geschichten. Ich glaube, ich hatte es gekommen. A Bostromer. Er ist mir zu dem neuen Skihütte für ASAP. Was soll ich ihm sagen? Das ist okay. Ich kann ihn sprechen. Wait. Hat er nicht Schumf gerade gesagt, dich zu einfach Wie gemein, haut ihr einfach ab. Ja, wir haben das, was wir brauchen. Ist das, was wir sind? Simulations? Ja, aber es sollte keinen Unterschied machen. Du bist immer du. Ich bin nicht sicher, was mit den Daten zu tun. Du entscheidest. Wenn ein Roboter, den wir da getroffen hatten, löschen wir die Daten oder fahren... Wir fahren den Rechner einfach runter, weil dann existiert die Datei trotzdem noch. Weil dann... Obwohl, dann hat man wieder so... Man hat bei beiden Sachen ein schlechtes Gefühl, weil wir runterfahren. Dann ist er mit seinen schlechten Gedanken, was da los ist, immer noch da drin gefangen. Kann nicht raus. Und wenn wir die Daten löschen, haben wir ihn quasi umgebracht. Das ist beides irgendwie scheiße. Also beides irgendwie nicht sehr förderlich für ihn, sagen wir mal so. Ähm... So, aber wirklich, wenn wir ihn mal runterfahren. Tja. Mach's gut, mein Freund. Jetzt hab ich runterfahren geklickt. Nicht, dass das so zum Verhängnis wird hier im Spiel. Wo war Renn-Taste nochmal? Alles klar. Warum hab ich nur das Gefühl, dass es jetzt... Simon, wir haben es. Wir können jetzt zum Verhängnis kommen. Geh zurück hier. Ja, ja. Geh zurück hier. Warum hab ich nur so das Gefühl... Ja, das Spiel lädt auch noch. Na Halleluja. Was? Nein. Wer? Knuddelfreddy? Bist du hier? Kathrin... Können wir nicht einfach den Zeiffel von Brandons Daten haben? Es ist so krass, ihn zurück zu bringen, wie wir es gemacht haben. Nein, das ist unmöglich. Erinnerungen funktionieren nicht so. Ich hoffe, es war wert. Bitte rede mit mir weiter. Bitte rede mit mir weiter, dann... Das beruhigt mich ein wenig. Oh, hallo Framerate. Schön, dass du auch da bist. Was ist das denn? Guck mal, Grafikfehler. Links am Bildschirmrand. Guck mal, da hinten. Grafikfehler. Guck mal. Seht ihr das auch? Hui. Aber voll. Was ist das für einen guten Zweck? Ah, ich fühle mich echt schlecht dabei. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist alles. Lass uns gehen und... Huh. Das ist witzig. Huh. Keine Ahnung. Was musst du mir machen? Geh in den Dock. Der Omnitool kann jetzt die Tür öffnen. Und geh in den Dunbatten. Dann leg ich mich in und ich ziehe uns in den Abiss. Das klingt leicht genug. Das klingt einfach. In Flexi hinter dir steht ein Monster. Ja. Hehehe. Warum hab ich nur das Gefühl, dass es jetzt gleich sowas von in die Hose geht? Wenn er schon sagt, das klingt einfach. Boah, was uns hinter dieser Tür erwartet, will ich gar nicht wissen. Ich will das gar nicht wissen. Lalalalalala. Lalalala. Upp! Wap! Ich will hier gar nicht sein. Hihihihi. Ich will hier gar nicht sein. Kann ich die Tür wieder zumachen? Verdammt, nein! Um Gottes Willen. Jetzt soll ich hier den Kran bedienen oder was? Danger Restricted Area. Sieht aus wie so ein Karton da unten. Noch mal lustige Sprüche. Ich meine ja nur. Puh, ich dachte schon, wir müssen das Pult bedienen. Das war ja jetzt der Oberhammer. Ich schaue mich erst mal noch ein bisschen um. Mind your step. Warning, watch out for moving doors. Ah ja. Flexi, bald 900 Follower. Jawohl. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen von euch. Vielen lieben Dank und willkommen zu Let's Play Live von allen neuen Zuschauern. Jeden Freitag, Samstag ab 20 Uhr. Folge. Wie soll ich denn da bitte drankommen? Nein. Jetzt sag mir nicht, dass wir gleich dadurch flüchten müssen irgendwie. Ähm. Äh. Äh. Ähm. 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 Nur Vorsichtshalber. Ja. Ähm. Nur Vorsichtshalber. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich probiere es jetzt einfach mal hier an die Knöpfe zu drücken. So. Äh. 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 Funktioniert ja supi. Äh. Hallo. Willst du dich mal... Das ist jetzt gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Bist du dich zu doof dafür? Warte mal. Ist ja oben auch noch Knopf. Nein. Hm. Ein Schalterrätsel. Die Schalter, die aber sich nicht drehen lassen. Kann in alle Richtungen den Stick drehen. Es passiert nichts. Hm. Gedrückt halten? Nein. Hm. Vielleicht müssen wir erst Strom geben. Strom anmachen. Ja. Ist ein guter Tipp. Das hatte ich jetzt auch so gerade im Kopf gehabt. Die Frage ist nur wo. Hier vielleicht irgendwo. Ja. Ich schau mal gerade, ob ich einen Hauptschalter finde. Das ist kein Hauptschalter. Aber das... Japanische Technologie. Machen wir auf YouTube jetzt einfach mal... Machen wir an der Stelle für YouTube einfach mal eine Folgenpause. Die Folge ist schon viel, viel zu lange geworden. Aber egal. Sehen wir uns dann gleich wieder in der nächsten Folge. Bis gleich.